Wolltest du lieber Zuschauer schon immer mal Teboke ausprobieren, hast aber keine Idee wie das Ganze angefertigt wird? Dann bist du in diesem Video genau richtig. Ich zeige dir wie du da ein Teboke anfertigen kannst. So wird es ungefähr bei dir auch am Ende aussehen und welche Zutaten und welche Schritte dafür benötigt werden, zeige ich jetzt natürlich in diesem Video wie immer Schritt für Schritt. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2021 ZDF, 2021 ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal.